morgen am 31 januar jährt sich zum ersten mal die befreiung von den tierversuchen die hier in minenbüttel beim lpt stattgefunden haben da wurde das lpt geschlossen tiger du bist immer noch kein vogel ja obwohl das gut schmeckt ja das schmeckt gut das weiß ich schmeckt wie müsli ne also werde ich morgen um 14 uhr mal aufbrechen und mit dem auto motorrad wäre jetzt hier ein bisschen neben der spur nein kein virus wenn ich morgen mit dem auto mal nach minenbüttel fahren und eine kurze gedenk minute einlegen das war eine schöne zeit eigentlich die wir da mann wache gehalten haben ich habe da viele leute kennengelernt leute mit denen man sich gerne mal wieder treffen würde aber auch leute auf die man verzichten könnte das immer so da ist nun mal so ich werde morgen hinfahren und mal kurz gedenken die kamera stehen schon bereit die action cam steht da oben guck dir runter ich hoffe dass sie lange genug läuft nein keine kommen keine kommen das ist immer so ein problem der fuchs hat ja so ein gewisses sicherheitsbedürfnis auch und kommt immer dann wenn die wenn das licht und die kamera gerade so am limit sind aber das da muss man was mit leben das ist nun mal so jahrzehnte nee nicht jahrzehnte jedenfalls eine schöne blume das ist gut was mich interessiert ist wo läuft der marder immer hin der kommt von da holt sich da was und läuft dann hier darüber so und spuren deuten darauf hin dass er da wo dieses kuddelmuddel von alten stühlen und sowas alles liegt da liegen auch noch paletten vom bau hier als wir das haus gebaut haben dass er da unten drunter irgendwo sein domizil hat und das will ich feststellen kalle schnuppert ja jetzt auch hier schon ganz interessiert das wollen wir mal sehen heute nacht machst du scharf deswegen hier eine kamera hingestellt da die da runter guckt ich hoffe wir sehen da was so wo bist du kallemann super ja da oben ist der eingang von dem fuchs da ist der eingang da kommt einmal rein das ist wieder eine fuchs fährte hier morgen also heute nacht soll es ja richtig kalt werden minus 8 grad und mehr minus 13 kalle komm kalle kallemann komm hier hey kallemann kalle super werde ich morgen mal da hinten den wald wandern und gucken ob ich irgendwas finde morgen oder übermorgen ob ich da die spuren verfolgen kann wo dicky oder wo die wohnt das kann ich ja nur im schnee gucken wir mal wo bist du kallemann da alles gut so wer wo ich nicht sagen ist noch zu früh für futter das machen wir gleich tschüss und schönen abend noch euch allen